Hallo meine Lieben, ich befinde mich jetzt wieder im unteren Bereich der Insel Curieus, da wo die meisten Schildkröten rumhängen. Hier habe ich auch schon sehr interessierten Kandidaten, der will wissen, was hier passiert. Oh, du bist ja süß. Handelt sich anscheinend um ein männliches Wesen, weil Höckerchen sind auf dem Buckel. Wenn er keine Höcker hat, dann ist es eher ein Weibchen. Der ist ja richtig süß. Verspielt. Richtig schwer, mein Freund. Tritt mir ja nicht auf den Fuß, du. Das war sehr gelenkig. Das ist natürlich das Geile hier an den Seeschetten, dass man hier so spezielle Wesen antrifft, wie diese Schildkröten. So etwas gibt es eben nur hier. Wenn er das geht, dann kann man hier auch gut sein. Bis zum.